Das ist grobe, hab ich engstellt. Ja, das ist... So, du kannst es anmoderieren. Macht gut. Hey Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Resident Evil 5. Und ich genehm mir erst mal einen Schluck. Und, schmeckt's? Hm, schön sauer. Aber er hilft. So, weiter geht's. 57, meine Festplatte ist fast voll. Welche Festplatte? Ich nehm das von dem Laptop. Klasse. Boah, ey. Oh, Alter, mein Freund, wir haben heute sieben Schufen gemacht. Mein Mutter hat keine Gäste, mein Vater hat nur ein Mädels. Das sind auf fünf Schufen, ich hab mich allein geäußert. So, ich werde mir definitiv morgen... Gäste holen, mach ich mir so viele Börre, wie ich nur kann. So zehn Stück. Die ich nicht esse, komm ab in den Kühlschrank. Das sind ja meine. Nein, das hab ich mir gestern überlegt, weil ich gestern Monster unangesehen habe. Was? 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 Wie warst du hier? Wir waren zu dem Porten, wir wurden attackiert. Und dann, naja, ich bin hier. Wo ist die resten der Team? Shit! Es ist nur die drei von uns jetzt. Warum hast du nicht vertreten? Ich meine, wir sind nicht für sie. Ich habe ein Unbekannte Geschäftsmodell. Der Hard Drive containing die Daten auf dem BOW-Experiment hat eine Bildung. Die Bildung war von Chris' Freund. Ein Freund? Ich bin nicht weg, bis ich nach Irving und herausfinde, was hier passiert ist. Ich bin nicht hier. Ich werde die Chit-Chit für späteren. Schiffer, schütze mich! aus dann habe ich das auskatefältur Vorsicht er hat mal abgebremst er hat dann gemeint oh die ist so schön ich könnte auch ein bisschen munition vertragen die ich brauche sie selber ohne Witz alles alles weil du weißt ich brauchst die Schuss da oben weil ich hab nur mit weil ich eigentlich auf die von der schwarze Mann soll ich mal beeilen ja auch wird erst das wird da kommen dass das noch mehr sekt so ist er rein bbb haha schau mal dagegen ich bin starker als der fast du den ja ich hab den eigentlich nach oben geschossen aber der hat auch du hast nach oben geschossen ich hab den nach oben eigentlich geschossen weil gut dass er den geboren hat ja so hey meine ju war nicht so hübsch wenn so schlau wäre wuuh oh ne wir haben ich weiß aber das kriegen wir hin hätte ich noch eine Miene guck auf die Miene finden sieht schlecht aus normalerweise bei den ersten Kisten eine Miene finden da das ist jetzt freudig granatenmusiziere granate kann ich dann noch hochflacken das ist ja kein Problem einer hab ich ja noch mit dem das ist kein das ist gut die aus ab die hat wir wollen doch keine Puzzle machen, wollen wir auf die Scheine auf Rat ich dir hoch, du lässt du Ey, warum? Sag mir Bescheid, wenn das soweit ist, dann kann ich hier oben erstmal Achso, ja, ich wusste es Nein Warte, komm schon mal mit Ich denke schon, ja Da kann ich auch wenigstens Muni nochmal auffüllen Oh, hier, wenn ich nicht bald mal Muni hier, ach, kriege für meine Schaufschützengewehr, dann habe ich bald nichts mehr Ich habe nur noch 179 mit den 50 Schuss, die ich noch drin habe Dafür kann ich jetzt aber wenigstens durch den Tod, den ich jetzt da oben hier reingedrückt gekriegt habe, nochmal meine Waffen nochmal machen Schlangenarmband Ja, es gibt auch viel Schrotter, jetzt kann ich wenigstens meine Schrotglitter machen Ich bin trotzdem noch der Meinung, dass in Resident Evil 4 alles teurer war als hier 4 ging's Wenn du überlegst, nämlich, dass so ein Pippelstein 2000 gebracht hat Und wenn du da, da hast du ja was, was ich in einem Kapitel hast du ja Wie viele hast du denn da gefunden? Zehn Stück? Kommt drauf an Meinen ersten Kapitel allein schon Wenn du da nämlich durch den Gang läufst Oben Da sind da auch hier, was weiß ich, zwei oder fünf Ja 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 Der steht genau vor ein, natürlich Bei ihm Ja, ich muss Munition sammeln, aber Pistolen Munition muss ich eigentlich nicht Ja Ah Bis Vorsicht Er ist tot Keine Sorge, ich bin doch gerade da Ich bin ja, wenn der Stuttflutte auf, äh, äh, Dings ausgerustet auf, doch Tschüss 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 Wir, wir können langsam Nicht nach oben Doch, komm mal Ich hab' granatisch vorgelacht Vorgelacht Vorgedacht Ich hab' vorgelacht, verstanden Weil, äh, Blendkanaten, Hilfen gegen diese Sekten Sehr, sehr gut Selbst wenn ihr jetzt, wenn ihr spielt, tut und diese riesen, äh, riesen Viecher habt Öh, äh, mit diesen riesen, Ballkopf, die ihr euch mit einhubst unter Spezial-Attacke töten Ich glaube, die haben das noch nicht gezeigt Bei den letzten sind wir ja weggerannt Ja, bei den letzten mussten wir ja wegrennen, weil wir hätten keine Chance gehabt, weil Ich hab' keine gute Waffe dabei Ah, toll Ich hab' stürte Granate Geht schon Ah, das ist easy Du musst jetzt halt nur abwehren Es dauert halt bis sie da sind Das ist das ganze... Check Ich glaube, jetzt sollten die keine mehr kommen Bis auf die da hinten Er ist da Sech Der liegt genau hinter uns Vorsicht Ohohohohohohohoh Ja, ne, der steht auf. Mach weiter, mach weiter. Raus, raus. Okay. Bei den Kettensägenfreak habe ich jetzt kein Bock, wenn der so nah ist, dann. Oh, macht der so viel Damage. Ich weiß noch, das kannst du nicht, ne? Hoffentlich finden wir jetzt noch ein bisschen Munition, ansonsten sieht es mau aus. Für mich? Ja. Ich glaube, da drin ist nichts. Appelstoll, Budi. Da habe ich so viel. Ja, habe ich schon wieder so viel dabei. Ich bin nicht da. Komm, komm. Äh, ja, warte. Das ist offen. Weil ich dir fülle. Bitte, ich war. Bitte, das ist ja. Nein. Nee. Ich brauche Geld. Ich brauche Geld. Kann es sein, dass wir schon wieder einige Insignien vergessen haben? Nein. There he is. Ich war kurz davor zu drücken. Wait, isn't that... Und das Haus, wo wir neben ihm unbox looked at, wenn er uns dranstecken kann? Da sind die Signi drinnen, sei auf uns. Ich muss jetzt erstmal die Kohle holen. Soll ich abwehren? Ja, will auch so ab. Du musst den Signi holen. 6.000 sind das sogar. Ah! Lauf! Lauf! Uuuuh! Ich habe nur keinen Spray. Und wenn wir welche vergessen haben sollten, dann tut sie's. Da werden wir das wahrscheinlich irgendwann nochmal separat aufnehmen, wo die einzelnen Stellen sind, um auf dem Kanal ganz einfach drauf zu haben. Ach, ich vergaß. Die gibt's ja auch noch da oben. Ja, ich laufe aber schon mal ein bisschen voran. Nein! Du bleibst liegen. Was tacket so long? Äh, du musst jetzt mal öffnen, du hast eh mit Schufe in der Abwehr. Okay? Come on, come on. Ey, wir haben nicht mehr viel. Mach zu. Mach hin. Machst du? Ab, ich zieh weg hier. Ah! Schnell! Lauf durch! Lauf! Na, voll easy. 1100. Eiffel. Thomas! Wir haben ihn. ục Hier schießt mich ab, schießt mich ab, hohohohoh Hier werden wir erstmal den Part wieder beenden, da es wieder eine schwierige Stelle jetzt kommt Und deswegen haut rein und ciao Ciao